hallo ihr lieben es ist freitagabend kurz nach halb zehn der sogenannte new music friday und taylor hat dem ganzen mal wieder alle ehre gemacht ich habe heute morgen schon in apple music gesucht nach einem song von ihr und habe dann erst mal gesehen dass sie neue songs gedroppt hat und zwar eine der mir aufgefallen ist direkt weil er einer meiner lieblings movie songs ist ist eyes open in der taylor's version und ich habe mich so gefreut und habe gesagt oh gott wieso hast du das damals als der song raus kam nämlich als datum steht 2021 drin nicht gecheckt dass dieser song da ist du hast die originalversion von eyes open schon so geliebt aber die originalversion in der taylor's version ist natürlich noch mal sehr viel intensiver weil sie einfach erwachsener geworden ist und ich habe schon gedacht es ist so schön einfach diesen song in der taylor's version zu haben und siehe da ich schaue gerade in youtube riesen überraschung andere fans teilen mir durch youtube mit dass diese songs erst heute gedroppt wurden dieses wochenende ist der start der eras tour und ja taylor hat wie immer eine überraschung für uns bereit gehalten was auch sonst ja und wie gesagt die eps sind benannt mit the more also in dem fall bei eyes open war es jetzt the more red und immer dementsprechend nach era mit the more benannt die idee dahinter ist einfach großartig she's a mastermind wie immer was auch sonst bis bald leute hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu diesem vlog heute der anlass dazu ist taylor hatte ihre ersten beiden shows innerhalb der eras tour in glendale arizona und ich bin heute auf den tag 14 jahre ein swifty was für ein zufall dass es gleich mit dem ersten tour wochenende aufeinander fällt deshalb habe ich mir heute für euch folgendes überlegt was sich über die jahre so angesammelt hat und werde noch ein paar worte dazu sagen ich wünsche euch viel spaß dabei hier haben wir einmal die alben wie zum beispiel lover version 1 in der deluxe version midnight's lavender deluxe edition reputation magazine volume 2 1989 world tour book 1989 world tour book jahre tailors version ist signiert dann haben wir hier die parverbs Die Instax, Polaroid-Kamera, mein Cardigan, die DVDs, Journey to Fearless, Speak Now World Tour und die Vision in the Rose Blush Kette aus der Evermore Era. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe heute meine Speak Now Kette an, die ich genau deswegen nicht in dem vorherigen Video gezeigt habe. Und ja, auch ich bin bereit für die Era's Tour und hoffe, sie kommt dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, nach Deutschland. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich das Ganze mit euch ein bisschen zelebrieren will, also meine 14 Jahre Swifty da sein. Und deshalb wird es nächsten Sonntag und die nächsten Sonntage mit meinen eigenen persönlichen Lyric Parallels weitergehen. Und ich werde sie Album für Album durchgehen. Das heißt, nächste Woche wäre dann als allererstes natürlich das Debut-Album dran. Das war es auch soweit mit meinem Video und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Bis dahin, macht's gut, und ich cho helft. Vielen Dank.